Hallo zusammen, Christian Weckler hier. Heute möchte ich dir eine ganz wichtige Online-Marketing-Konferenz vorstellen, die Contra 2016, die hier am 1. und 2. September in Düsseldorf stattfindet. Und das ist wirklich eine Konferenz, wo die absoluten zwei wichtigsten oder mit zwei wichtigsten Online-Marketing-Schwerpunkte behandelt werden, nämlich das Thema Conversion und vor allen Dingen Traffic, denn ohne qualifizierten Traffic auf deiner Webseite bekommst du keine Besucher, du kannst keine Leads generieren, du kannst keine Kunden gewinnen und du kannst auch kein passives Einkommen aufbauen. Und daher ist diese Konferenz extrem wichtig und ich werde dir mal ein bisschen was vorstellen dazu, was die Contra überhaupt ist. Die Contra dauert zwei Tage, es sind über 20 Top-Speaker am Start und die haben ein Ziel für dich als Unternehmer, nämlich, dass du insgesamt mehr Umsatz generierst und dass deine Webseite noch effizienter wird, du deine Kaufrate erhöhst und noch mehr relevante Besucher generierst, beziehungsweise Kunden gewinnst für deine Webseitenprojekte. Und ja, der Schwerpunkt ist wirklich Traffic und wie du dich 100% darauf fokussierst. Du siehst auch, es sind auch gleich schon Top-Speaker hier am Start wie Thomas Klusmann von Gründer.de oder Christoph Schreiber und ein Special Guest hier wird übrigens Detlef Soest sein, der aus ProSieben und dem TV ja extrem bekannt ist und ganz bekannt hier auch durch deine imakeyusexy.com Abnehmstrategie, Webseiten mit Videos und hier die ganz berühmte 10 Weeks Body Change, die darüber läuft. Und ja, eigentlich ein Musterbeispiel für Traffic, Leads, Umsatz und Kundengewinnung, sensationell. Und ja, der wird dort quasi auch einen Vortrag halten. Hier siehst du weitere extrem begehrte Experten auf ihren einzelnen verschiedenen Gebieten. Da kannst du hier auf der offiziellen Seite die-kontra.de nochmal die Lebensläufe und Profile der einzelnen Referenten durchgehen. Hier auch Chris Steljes, der Zehntausende von Facebook-Fans oder YouTube-Abonnenten hat es Sam Henni aus der Schweiz, auch YouTube-Analyse-Spezialist, Pascal Pfei von Mehr Umsatz, Björn Tantau, ein ganz bekannter Redner, Rainer von Massenbach von Webinaris, Oliver Wermeling, Mario Wolosch von Clicktip, Dirk Michael Lambert von der Unternehmer-Challenge, Laura Geisbüch, die Tochter von Ralf Schmitz und natürlich Ralf Schmitz selbst. Und ja, das sind hier Top-Referenten. Und das ist wirklich auch ein exklusiver Teilnehmerkreis, wo hier wirklich 350 bis 400 Teilnehmer limitiert daran teilnehmen werden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, dass du auch an einem Online-Livestream teilnehmen kannst, den du von überall aus logischerweise, wo du dich einloggen kannst. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass du nicht 100 Prozent, dass du auch nicht anwesend sein musst, genau an diesen Tagen, wenn du vielleicht irgendwo anders auf der Welt bist. Und das Ganze, ja, ist hier direkt im Herzen Düsseldorfs, wo das lokalisiert ist. Und ja, schon auch die Location top ausgewählt, sage ich mal hier. Und Düsseldorfs ist ja eine bekannte Medienstadt und ja, da passt das natürlich insgesamt sehr gut rein. Wenn man hier oben nochmal, hier gibt es einen kleinen Trailer als Vorschau, dann kann man hier nochmal spezifisch sich ins Programm einlesen. Hier zum Beispiel Themen Umsatz, Turbo durch Conversion, Maximierung, Trendthemen, die Reichweite, Traffic und Umsatz mit Podcasts. Ein Riesending, hier Matthew Mockridge, ein ganz bekannter, also der Podcast-Experte schlicht hin im deutschsprachigen Raum. Ja, Umsatz extrem. Du siehst, es sind sehr spannende Themen hier. Evergreen, Suchmaschinenoptimierung, fünf geniale Strategien für automatisiertes E-Mail-Marketing. Wie sie noch in diesem Jahr 100.000 Euro Umsatz schaffen, natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber ja, klar, ohne spannende Titel geht das natürlich auch nicht. Aber es ist wirklich die Creme-Dollar-Creme an Speakern vor Ort. Hier geht es nochmal genauer in den Veranstaltungsort in Düsseldorf rein. Du siehst hier alles top modern ausgestaltet. Hier im Hotel Niko in Düsseldorf findet das Ganze statt. Ja, dann gibt es hier auch noch, da kannst du dich über die Partner auch erkundigen, wer das Ganze hier mit unterstützt. Digimember, Digistore24, T3N ganz bekannt, Conversion Boosting, also da sind schon Namen dahinter hier, Digital Business, Online Marketing.de, also das ist schon hier Unternehmer.de, Traffic Generator, das sind schon alles ganz bekannte Portale und Anbieter, die hier mit das Ganze supporten. Und es gibt sogar hier einen eigenen Blog zur Conversion Traffic Konferenz der CONTRA 2016, wo hier regelmäßig auch eine Vorschau über Speaker oder spezielle Themen schon angerissen werden und Meinungen auch über andere Kongresse hier, wie One Idea Masterclass zum Beispiel in Köln. Also hier kann man sich wunderbar durchklicken und nochmal zusätzliche Informationen abrufen. Wie gesagt, die CONTRA 2016 ist ein Top-Spitzen-Kongress, auf dem du als Online-Unternehmer, wenn du wirklich extrem, extrem guten Traffic in Zukunft generieren willst und das Ganze in die Conversion bringen willst, dann ist das genau der Kongress deiner Wahl. Ja, zu viel dazu. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Online-Marketing-YouTube-Video. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.